Boah, diese Regelungen alle bei der betrieblichen Altersvorsorge. Die Einzahlungen sind Steuer- und Sozialabgaben frei. Dafür die Auszahlung dann voll Abgaben belastet. Und dann gibt es noch Einbußen bei der gesetzlichen Rentenversicherung. Wer blickt denn da noch durch? Damit ihr das alles ein bisschen besser durchschaut, rechnen wir heute mal ein Beispiel wirklich von vorne bis hinten ganz durch. Ich bin Saidi von Finanztipp. Viel Spaß dabei. In unserem letzten Video zur betrieblichen Altersvorsorge haben wir euch ja gezeigt, dass wenn ihr nur 15% Arbeitgeberzuschuss zu eurer betrieblichen Altersvorsorge erhaltet, dass das ganz schön grenzwertig ist, ob sich die BAV, die betriebliche Altersvorsorge, dann überhaupt lohnt. Und dass ihr euch dann vorrechnen lassen sollt, ob eure BAV mindestens eine Rendite von 2% pro Jahr nach Kosten erzielt. Jetzt rechnen wir mal durch, warum das so entscheidend ist. Also, unser Beispielarbeitnehmer Daniel Durchschnitt verdient im Monat brutto 3.150 Euro. In seine betriebliche Altersvorsorge zahlt er selber 184 Euro im Monat ein. Und sein Arbeitgeber legt nur die minimalen 15% drauf, nämlich 28 Euro. Sodass dann zusammengerechnet 212 Euro im Monat in den Vertrag reinfließen. Die 184 Euro, die Daniel selbst zur BAV beisteuert, die werden im Jahr von seiner Gehaltsabrechnung abgezogen. Und sein Arbeitgeber zahlt die dann an die BAV weiter. Aber um wie viel sinkt jetzt Daniels Nettogehalt? Zunächst einmal wird ja sein Bruttogehalt um die 184 Euro gesenkt. Und dadurch zahlt er 47 Euro weniger an Einkommenssteuer und 36 Euro weniger an Sozialabgaben. Bedeutet dann im Endeffekt, dass sein Nettogehalt um nur 100 Euro sinkt. Also er spart 184 Euro ein in die BAV und zahlt dafür nur 100 Euro aus seinem Nettogehalt. Das ist eben das, weshalb so eine BAV zunächst mal so toll klingt. Aber bei der Auszahlung der betrieblichen Altersvorsorge, da liegt eben die Krux. Daniel ist 37 und zahlt noch 30 Jahre lang ein. Zum einen in seine gesetzliche Rente natürlich und in seine betriebliche Altersvorsorge. Bei der gesetzlichen Rente kommen dann mit 67 mal 959 Euro Brutto raus. Und bei seiner betrieblichen Altersvorsorge 213 Euro im Monat. Wie wir auf diese 213 Euro kommen, dazu sage ich gleich noch was. Von den 213 Euro gehen dann zunächst mal 29 Euro an Einkommenssteuer weg und 40 Euro für Kranken- und Pflegeversicherung. Und zwar ist da schon der volle Satz eingerechnet. Und eben nicht nur der halbe Satz, wie das eben bei der Auszahlung einer BAV so ist. Und zusätzlich noch ist seine gesetzliche Rente um ca. 42 Euro niedriger, als wenn er keine BAV gehabt hätte. Warum? Weil er eben über die BAV weniger in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt hat. Dieser Fakt wird gerne übersehen. Wenn man das jetzt alles zusammenrechnet, dann kommt die effektive monatliche BAV-Rente für Daniel nur auf 102 Euro im Monat. Und da würde es dann bei den üblichen Sätzen der Versicherer ca. 29 Jahre dauern, bis er überhaupt sein eingezahltes Geld wieder raus hat. Das wäre dann so im Alter 96. Und das rechnet sich praktisch nie. Die 213 Euro BAV-Rente waren übrigens so gerechnet, als ob der ganze Vertrag effektiv nur 0% Rendite macht. Also ist es nur das eingezahlte Geld zum Schluss drin. Das mag jetzt vielleicht für den einen oder anderen komplett unrealistisch klingen. Aber Tatsache ist, dass es tatsächlich viele schlechte BAV-Verträge gibt. Mit hohen Kosten. Und wenn die dann nur eine relativ niedrige garantierte Verzinsung haben, dann wird diese Verzinsung oftmals durch die Kosten wieder aufgefressen. Macht dann 0% Rendite. Und das zeigt eben, dass sich so ein Vertrag dann eben nicht rechnet, durch die ganzen Einbußen im Alter. Trotz 15% Arbeitgeberzuschuss. Aber jetzt sagen wir mal, dass Daniels Vertrag, die BAV, in der Endabrechnung effektiv immerhin 2% Rendite pro Jahr schafft. Also nach Abzug der Kosten des Vertrags. Und das sollten ihm übrigens sein Arbeitgeber, beziehungsweise dessen Berater, plausibel vorrechnen können. Bei den 2% Rendite bekommt Daniel dann immerhin statt 213 Euro BAV-Rente schon 292 Euro brutto. Und davon gehen dann weg 42 Euro für Einkommenssteuer und 54 Euro für Sozialabgaben. Wenn wir jetzt wieder einrechnen, dass er 42 Euro weniger an gesetzlicher Rente bekommt, ist die BAV-Rente effektiv bei immerhin 154 Euro im Monat. Und das würde bedeuten, dass er sein eingezahltes Geld dann schon nach 19 Jahren raus hätte. Also im Alter von 86. Sieht schon besser aus, die ganze Kiste. Also macht das schon mehr Sinn mit der 2% Rendite. Das ist quasi so der Grenzfall. Und daran könnt ihr jetzt auch sehen, wieso es so wichtig ist, dass ihr entweder mehr als 15% Arbeitgeberzuschuss raushandelt und oder, dass eure BAV sogar mehr als 2% Rendite pro Jahr macht. Zum Beispiel, indem sie langfristig und kostengünstig in Aktien investiert. Also, informiert euch gut, bevor ihr eine BAV abschließt. Wie wir genau gerechnet haben, das erklären wir euch genauer in unserem Ratgeber zur BAV auf unserer Webseite, den wir euch unten in der Videobeschreibung verlinken. Und wenn sich eine BAV für euch in eurem Fall nicht lohnt, dann guckt euch mal unser Video zur richtigen Altersvorsorge an. Da findet ihr die besten Alternativen zu einer BAV. So viel für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.